Musik 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 Guck mal Keller Ok Keller Ok Keller Ich kann es nicht sagen Auf jeden Fall Keller Mehr weil wir nicht Wohnen ist kaputt Fuck Was ist die denn? Let's have a good luck Ah Ich muss gerade schießen Mh Papa Wurde entdeckt Ich sehe noch mal eine Kamera Achso Da war ja noch eine Kamera Die habe ich noch nie gesehen Die war schon unten bevor er guckt Nee habe ich auch noch nie gesehen Sind sie mehr Ok schick mal Twitch vor Also die Drohne Ach du bist Twitch Ja Nix Nix Ah ich sehe ihn Ich habe ihn gesehen kurz Waren wir getroffen Waren wir getroffen Waren wir getroffen Waren wir getroffen Läuft rein Nein Ich habe jetzt zweimal getroffen Ja Also 20 HP hat er verloren Und alle oben Ah ich wurde getroffen Mh Mensch Mensch Wie dumm sind denn hier bei den Schildtypen ne Ja Achtung Ich fand den Neben uns Ich habe ihn Da vorne war was Da war der der mich anredet hat Also geht es geradeaus und dann links Oh die Idioten Mh Neh Sag ihr das ist ein Anfängerteam Oh das ist Oh nein 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 Sorry Michi Wo war Das war ich Egal Wie viele DM hattest du? 67 Scheiße sorry Ich hatte leider Ne ist egal ist egal Ich hatte jetzt die ganze Zeit nur nach Ruck geguckt und dann sah ich da plötzlich Alles gut Aber der muss hier durchs Fenster raus Weiß nicht was machen wir Soll ich hier durchgehen? Ja ok Ah warte Scheiße entzückt Ja mach das mal Ja wir sind halt in einem Anfängerteam ne Mhm Das habe ich mich gerade wie ein Anfänger benommen Das sind ja nicht schlimm Ich darf nur so einen erfahrenen Profi wie mir nicht passieren So das darf passieren Warte noch was Kann ich sagen Kann ich sagen Ich brauche mich keine Granate zu werfen wegen der Gas 4 Steps Ich glaube oben ist einer Oh pass auf die Treppe Da kommt einer von oben Sicher? Wie sicher? Nicht sicher Ich schätze mal Ok wir müssen sparen Nein zu hoch gezielt Ähm der ist um die Ecke Ok du musst jetzt rein Warte 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 Du hast Zeit du hast Zeit Einen habe ich K.O. geschossen Hinter dir hinter dir Warte Egal du musst rein Scheiß auf Warte Prost dich Prost dich Prost dich Prost dich Ok rein Es war einer Ach die waren beide da drin Ist doch alles gut Ist doch alles gut Hab ich mich schon verhört Ich habe auch nicht beide gesehen Ich habe nur einen Den einen habe ich verletzt Ja Der wollte sich tot stellen Ne Das war doch Das war Dock Ne Äh Weiss ich Warte ich gar nicht Doch der Ja den den ich K.O. geschossen hatte Glaube ich Was für lebt er sich nicht wieder Vielleicht war das der eine mit 19 oder so Ne Müsste aber auch kennen Mit 19 Keine Ahnung Boah aber ich hab irgendwie Keine Ahnung was mit meinen Ohren was war Ich hab die ganze Zeit Steps oben gehört Warte mal Hä? Waren die grad zu viert grad eben nur? Ne Die waren zu fünft Aber guck doch mal auf unsere Kills Hat sich einer vielleicht selbst umgebaut Hast den einen Hab ich ihn noch verletzt? Ne Leg mal leg mal Komisch hat mich jetzt irritiert Hm Vielleicht hat er sich selber umgebaut Oder Oder ist vielleicht kurzzeitig einer rausgegangen Kann sein ja Ich muss ein bisschen zur Ruhe kommen Hast du noch zwei Wände? Ne Ich hab grad meine verbraucht Ich glaub ich mach gleich den Minutzenzer kaputt Ich hab gleich den Minutzenzer kaputt Ach komm Jetzt kann ich die scheiße nicht legen Egal Mich ist gefährlich Ich lass den hinten ganz gut werden Hm Weil da ist ja noch Offen Okay die haben Glass aufpassen Das hört sich ziemlich nach Gleis an Das hört sich ziemlich nach Gleis an Ja Das sag ich doch Der bleibt einfach so spät Der schießt von hinten Ich war äh vom Nachbargebäude Ja ja ich bin schon getroffen worden 49 AP noch Die felsen jetzt bestimmt Bei mir sind vier Einstoßflöcher Direkt hinter mich Okay Die werden es jetzt rushen Hab ich irgendwie das Gefühl Ich hab ihn kurz gesehen Das war ein Fehler von mir Ich weiß Ich dachte ich wär früh genug dran Ich muss jetzt was Ace machen Weil die können sonst nicht Weil die können sonst nicht Okay jetzt war der Nummer eins Okay Splash ist irgendwo hier Der wollte ja neben dir die Wand aufmachen Ah die ist doch verstärkt Ja Ja Okay der war schlecht Noch drei Ops Noch zwei Ich hab noch drei AP Ich weiß Ja Ja Was ist das Das sind unsere Leute die schießen Ja Von da hinten ja Beide von dir Der eine der kommt jetzt zu dir Und will auch schießen Also von uns Naja jetzt geht er auf die andere Seite Du kriegst hier jetzt vor uns noch einen Du kriegst hier jetzt vor uns noch einen Der andere ist unten okay Kommt Eieieieiei Er weiß nicht wo ich bin Ach Och Mensch dieser Verdammt Der hätte bestimmt nicht auf mich geguckt Nee Schade Aber immerhin gewonnen Ja Immerhin Okay Versuch ich's mal als Gläs Ups Ach komm ich nimm mal Montagnac Verdammt Das war der Rang 17er Der dir den Kill geholt hat Ja Aber die anderen beiden sind noch niedriger 13 und 6 Hei 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 oh je Na классik Gehen wir nach dem Spiel machen wir noch eins? No Bist dann fertig Ich wollte mich ein wenig hinlegen und schonmal Dinge schauen ne? Ah ja gehen wir schon aber ich hoffe jetzt kommt wirklich mal die 6 Stoffe auf Burning Series ich muss endlich mal schauen sie kommen vom Keller kommen sie schauen wie da? da macht doch Gläs keinen Sinn ich konnte sie nicht gerade sehen ich hole sie von dir das ist jetzt keine gute Gläs Posi aber egal ich hasse es wenn mein Arm juckt um um Ist tot, oder? Ja. Hab ich sie erwischt? Ja, ist tot. Also da ist jemand von denen gestorben und jemand von uns. Ja, ich. Wir haben uns beide gekillt. Oh geil. Ich hab ihr nämlich nen Headshot gegeben. Du warst unserer letzter Hoffnungsschimmer. Wie diesen Chaotenteam bei uns. Ich wusste nämlich, da ist bestimmt einer. Da stecke. Siehst du den Laser? Links. Das ist mein Laser. Ne, ne, den Laser, die Laserfeind. Ich würde erstmal den Laserfeind, die auf dem Schild da haben. Ähm. Was machen die Vollidioten? Okay, haben die Laserfeind, äh, kurz zu machen. Gehen die, sollen die mal vorgehen. Ich will nicht von links, von rechts und von vorne gewasht werden. Und das Schild. Ja, aber. Aber, aber, Team-Mates, ne? Ja, das sind ja eh. Eieiei. Eieiei. War's richtig? Ja, hast du gesehen, ja. Ja, hab ich auch gesehen. Wen, wen haben sie denn jetzt weggeholt, in der Linken? Ja. Mensch, was war das denn? Hast du das gesehen? Ja, ja, du nimmst aber gar nicht ein bisschen zu früh immer den Schild runter. Ja? Okay. Ja, das ist gefährlich. Wenn die sie noch weiter draufballern, erwischen die sie. Wir haben nur noch einen Gegner. Ja, der ist... Keine Ahnung. Deployed. Der Drohne, oder? Ja. Ja. Ready to breach. Der ist nicht... Der ist bei den Gittern. Also bei den anderen Gittern, vom Safe-Raum. Da bei den Gittern. Also wenn du da jetzt zu Geisel gehst und dann rechts, ne? Liegt der C4? Ja. Äh, Gras. Mach's, mach's Gras weg. Hä? Was ist noch drauf? Was? Keine Ahnung. Du warst dreimal drauf? Ja. Pff. Das war so ein bisschen von Granaten, die ich hatte geklärt. Ja, das war ja das. Äh... Komisch. Echt komisch. Rechte komisch. Mysteriös. Aber dennoch makellosch. Ne, Schild nehm ich nicht nochmal. Irgendwie. Nicht meins. Aber ich weiß noch, wie wir mal diese 5er Schild-Runde gemacht haben. Mhm. Und den irgendwie noch erwicht hast. In der letzten... Keine Ahnung wie, aber... Ne. Er hat aber auch nicht schlecht geschossen, der Gegner. Ja. Weißt du, du ballst die ganze Zeit auf den und der... Der hat auch Spraydown... Also die ganze Zeit Spray... Auf dich gesprayt und nur hat das Schild getroffen. Mhm. Anstatt dass der mal auf deinen Kopf zieht, ne? Ne, er schießt das Schild. Ne, er schießt das Schild. Bestimmt nicht. Also darum merkt euch Kinder immer schön auf den Kopf schießen. Mhm. So klappt es auch mit den Nachbarn. Und zwar Va, specialty... Los Adios.